Sprayfarben, Pastellfarben und Perlglanzfarben Die Sprayfarben vor Gebrauch während mindestens 10 Sekunden kräftig schütteln, die praktische Pistole verwenden und die Oberfläche der gebackenen Baisers färben, wobei die Farben aus einer Entfernung von mindestens 20 bis 30 Zentimetern gespritzt werden müssen. Es können sehr einfach elegante Nuancierungen erhalten werden. Die Sprayfarben ermöglichen eine rasche Herstellung der verschiedensten Verzierungselemente.